Ah, oha, der hat richtig Kraft. Ah, fuck, Freunde. Freunde, wir haben hier einen riesengroßen XXL-Hirschkäfer gefunden. Und ich werde den jetzt auf die Hand nehmen, denn Hirschkäfer sind nicht gefährlich. Die können nur mit ihrem riesengroßen Werkzeug hier stechen oder quasi einen verletzen. Aber sie sind sehr harmlos und auf jeden Fall nicht giftig und gefährlich. Ich darf hier gerne ein Like da lassen. So etwas habe ich noch nie gemacht. Und ich sage es euch, der ist einfach verdammt groß. Der geht Richtung 10 cm. Ich habe hier schon mal ein Video hochgeladen. Sieht man den gut? Ja, ja. Ich habe hier schon mal ein Video hochgeladen, wo ich einen riesengroßen Hirschkäfer hatte. Ich weiß gerade nicht, ob es Menschen oder Weibchen sind, die größer sind. Auf jeden Fall, das ist definitiv das größere Geschlecht. Es handelt sich hier um ein männliches Exemplar. Die können etwa bis zu 10 cm groß werden. Die Weibchen sind viel kleiner und haben kleineres Geweih. Ich kenne mich nicht so gut mit Hirschkäfern aus. Deshalb weiß ich nicht, wann der jetzt zuzwicken würde. Auf jeden Fall denke ich, wenn man den einfach so rumkrabbeln lässt, wird da nichts passieren. Sehen ziemlich gefährlich aus. Ich habe gerade gedacht, das ist ein Skorpion oder so, gell? Natürlich gibt es in Deutschland keine Skorpione. So einfach so. Und der ist ein bisschen wild. Ich weiß auch nicht, woran der jetzt strebt. Er ist weg. Man könnte mal hier schauen. Also man merkt schon, dass da ein bisschen Gewicht auf einem lastet. Hirschkäfer wiegen etwa bis zu 20, maximal 30 g. Deren Lebenserwartung ist etwa 8 Wochen gerade mal. Er hat gerade auch sein Werkzeug ein bisschen gezwickt. Das Werkzeug ist ein stark vergrößerter Opa-Kiefer, der auch zum Kämpfen gegen andere Menschen dient. Also ich weiß jetzt nicht, den könnte man auch einfach Spike verfüttern. Also ich meine, der ist nochmal doppelt so groß wie eine Heuschrecke, die man jetzt Spike füttern könnte. Das ist schon krass. Zeig mal, was du drauf hast. Na du. Ich werde gleich meinen Finger in sein Geweih halten und einfach schauen, was so passiert. Warum legst du es drauf an? Muss man testen. Diese Möglichkeit hat man nicht so oft, weißt du? Das ist Vulva. Alter, der ist einfach so groß. Schaut mal meine Hand, der ist 16 cm lang. Ich sag's euch. Guter als Bizeps. Ja, wahrscheinlich. Mindestens doppelt so groß. Er ist etwa 9 bis 10 cm groß, was zu den größten Exemplaren zählt. Au. Ah, oha, der hat richtig Kraft. Der macht doch den Finger weg. Ah, fuck, Freunde. Auf jeden Fall, der kann richtig zwicken. Oh mein Gott. Ja, dann mach ich runter jetzt. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen mit dem? Ja, runterlassen an den Baum oder so. Ich will auch sein. Also manche halten so einen hier im Terrarium. Nein, nix machst du. Ja, moin. Der weiß selber auch nicht, was er machen soll. Ich hab noch kurz ein bisschen Schiss bekommen. So, jetzt ist er recht. Genau. Wir können ihn nochmal für die bisschen bessere Präsentation. Ich nehm ihn gerade nochmal. Also sind wie gesagt nicht giftig und so. Kann ich ihn kurz hier hinstellen. Damit ihr den ein bisschen besser sehen könnt. Und ich glaub, der will zu mir hoch weiterhin. Ja. Genau, hier ist Käfer. Ist das für ein Ding da vorne? Sowas wie ein Maul. Um Gottes Willen. Huuuuii. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare auch reinschreiben, was die so fressen. Ich hatte nämlich keine Ahnung. Oder was generell deren Mission ist. Ich kann noch ein bisschen nachrecherchieren. Auf jeden Fall, das war so kurz ein bisschen spontan. Hier ein Hirschkäfer. Ja, jetzt kommen gerade noch ein bisschen Leute von außen, die das zuschauen. Denken auch, das ist ein Skorpion. Kannst du kurz das Handy nehmen? Achso, ich nehme den für dich in die Link-Links-Bond. So. Den machen wir jetzt weg. Weil es nicht meiner ist. Die Leute gerade eben so, oh Gott, hast du das gesehen? Echt? Ja. Und dann hat der Mann hinguckt und der so, oh Lebeleid. Ja, da denkt man halt echt auf, das ist ein Skorpion. Und als ich den vorhin gesehen habe, dachte ich das halt auch. Du auch so. Was war das denn? Ja, und dann habe ich mich voll gefreut. Weil ich ja jetzt inzwischen weiß, was ein Käfer ist. Deshalb, also Freunde, gerne ein Like dafür da lassen und abonniert den Kanal. Für weitere so auch spontane, coole Videos. Macht's gut, eure Wunderbarbildung und ciao.